Gut, wir können noch den Moongate benutzen, um nach Bangor zu gehen. Und im letzten Moment hat uns dann Crystal gerettet und wir sollten uns dann bei Aiden bedanken und es gibt noch Informationen über Chromkroych bei Zoymas und zu dem gehen wir nun. Eigentlich nicht schlecht diese Wolke, oder? Wird mir aber ein bisschen komisch, dieses Gewackel. Naja, egal. Wenn man die hier holt, dann schlafen die Gegner. Also ich meine hervorholt, dann schlafen die Gegner und man wird geheilt. Das ist eine ganz nette Wolke eigentlich. Chromkroych, do you want to hear about this dragon stature? Let's see, where do I begin? Also das ist eine Statue zu Chromkroych. Aha. Let me catch my breath first. This dragon here is a stature. It was made back when people worshipped this dragon named Chromkroych. And it supposedly appeared from time to time and destroyed everything inside. The people built a statue of the dragon here and offered sacrifice to appease the dragon. According to records, there are two ways to call on the dragon. One is to awaken the steeping dragon through the statue. Or to fulfill a contract with the dragon by offering a sacrifice. I've researched the ruins here and the first option of awakening the dragon through the statue seems impossible. There is nothing known about the making a contract with the dragon or what type of sacrifice must be offered. You're not planning on calling on the dragon, are you? Okay. So, der hat erzählt. Mann. Das ist eine Statue zu Chromkroych. Und die Leute haben früher diese Statue gebaut, um den Drachen zu beschwichtigen und Opfer zu geben. Opfergaben. Und der sieht eigentlich ganz nett aus, was. So ein schmaler Kopf. Wo sind denn die Flügel dort? Nun gut. Und wenn man den Drachen erwecken möchte, dann muss man, ähm, ich muss glaube ich jetzt zu Aiden, ne? Gut. Wenn man den Drachen erwecken möchte, muss man irgendetwas mit der Statue machen. Aber der Salmas hat gesagt, das wäre unmöglich. Oder man muss irgendeinen Vertrag mit ihm abschließen und benötigt dabei noch ein Opfer. Ich glaube, das Opfer war Ruayri oder so, der in einer Zwischensequenz, in der Ruayri ja seinen Vater gesehen hat, der mit, ähm, wie hieß die nochmal? Esras gesprochen hat. Ähm, hat er ja irgendetwas mit einem, von einem Vertrag gesprochen, oder? Nun gut. Jetzt müssen wir zu Aiden und das dauert noch eine Weile. Mal schauen, habe ich denn noch so ein Gesprächsthema? Okay, ja. Die ganzen hochgeskillten Skills waren umsonst gewesen. Ich habe ja kaum selbst gekämpft im Dungeon. Ich habe nur meine Pets hingeschickt. Tja, was würde ich tun ohne Pets? Hm. Nun ja, die Pferde waren ja alle umsonst. Tja, hm. Okay, da gibt es die Möglichkeit. Ähm. Man wird ja nur erkannt, wenn ein Hellhound im Raum ist. Und es kommt immer nur ein Hellhound pro Raum. Und da hätte ich auch einfach, äh, schlagen können. Und dann, ähm, falls ein Hellhound aufploppen würde, dann müsste ich dann ein Pet einsetzen. Dann wäre ich schneller durch das Dungeon gekommen. Aber ich habe da ein bisschen, ähm, sicherer gespielt. Und vorsichtiger gespielt und dann lieber alle Gegner der Reihe nach getötet. Sollte man ja eigentlich nicht machen. Und ohne Pets wäre das auch nicht so gut möglich gewesen. Ihr habt ja gesehen, wie aggressiv die waren. Nun gut. Dann sind wir gleich bei Aiden. Nochmal hier rum. Hier ist doch schön, wieder in der Zivilisation zu sein. Gut, da ist er. Und. Dann. Was sagt ihr jetzt? Punkt, 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 Punkt. Und. I admit I was a little too harsh on you last time. I found myself judging you based on my own standards. How foolish of me. It's all in the past now. I hope you weren't too offended by my fretting. Like I promised. If you need me for anything, do not hesitate to let me know. I'll help you as much as possible. Hm, was ist das wohl? This is for you. For returning home safely. Ein kaputtes Stein. And best of luck to you. Das war's? Was habe ich denn da bekommen eben? Aiden's sword piece. A piece of sword. Ein Stück Schwert von Aiden. Angeblich wird dieses Gegenstand helfen, Aiden besser zu verstehen. Head over to a place. Das ist okay. Was macht man damit? Mit Aiden sprechen. Hm. Okay, der sagt mir, ich soll ein Glücksbringer machen. Good timing, Laterne. I was hoping you would stop by. On Erinn we have an item called Protection Charm. These were originally created by the Druids, who imbued accessories such as rings and necklaces with special power. They were supposed to protect whoever wore them. These days it's mostly regarded as a myth, but with the right materials and some magic, you can still make one. Take this ring. You receive a ring from Aiden. This item can be the basis of a Protection Charm. Speak with Stuart at the Magic School. They say he knows how to make the charm. I'm sure he will make you a Protection Charm. I hope it will help you, even if it's not much. Gut, wir sprechen jetzt mit Stuart in den Baden. Okay. Dann. Was mache ich denn jetzt mit diesem Stück hier? Hm. Vielleicht kann man das in einen Dungeon tun. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Okay, dann sehen wir uns in Dunbarton bei Stuart. Bis dann. So, wir sind nun bei Stuart in der Schule. Und wir sollten mit ihm doch reden, nicht wahr? Wir sollten ihm den Ring geben. Hm, how can I help you? So you want to make the Protection Charm? Let's see. You hand Stuart the ring. Yes, this ring should definitely do. Would it be too rude for me to ask you where this ring came from? The problem is, this is not enough. I need this item called the Teardrop of the Spirit. This can be considered the most important item required to make the charm, but in order to preserve the magic spells, the magic spells laden in this charm, the Teardrop of the Spirit is needed. If you have a Spirit weapon, all you gotta do is ask about the Teardrop of the Spirit. It's easy to get. Hm, let me see. Oh, I have some leftover Teardrops of the Spirit. Awesome, this should now be enough to make the Protection Charm. Have I given you a detailed explanation of this Protection Charm? You look like you don't know what those are for. I think you need to learn what they are about. A soldier was hit with an arrow in the battlefield, but the arrow hit the charm he was wearing. A charm his lover gave him, and it saved his life. You've heard of that story, right? That's the power of his lover's overwhelming desire to protect her beloved one, fully acted out. It's similar to Added Soul, but with the spiritual power used in a slightly different way. This Protection Charm embodies that power, the spiritual power being expanded by the power of magic. This charm links the original owner of the charm with the person that's given this, and if the charm receiver is in grave danger, the original owner of the charm may assume part of the damage in place. The accessory that serves as the base has to be from someone that fiercely desires to protect the person that receives it. In extreme cases you may even lose your life instead. I don't know who gave you this ring, but the owner of this ring must think really high of you. Honestly, I feel a little envious, you know? The charm should take some time to be completed, so I'll give you the charm through the hole once it's completed. In the meantime, how about saying thank you to that special someone that gave you the ring? I can tell you just, I can tell you just came here without saying anything to that person, am I right? Okay, so, der hat gesagt, dieser Glücksbringer schützt die Personen im Kampf auf die Weise, dass der ursprüngliche Besitzer des Glücksbringers etwas vom Schaden selbst erleiden könnte oder im schlimmsten Falle auch daran sterben kann. Okay, okay, da müssen wir jetzt uns bei Aiden bedanken, weil er sich für uns so aufopfert. So, die Sache ist die, wenn man ein männlicher Charakter ist, dann kriegt man diese Quest von Irwin, weil die ist ja weiblich, aber weil Laterne ja ein weiblicher Charakter ist, kriegt Laterne die Quest von Aiden. Sozusagen wie in der Geschichte, die Stuart erzählt hat mit der Geliebten, die ihren Liebsten auf dem Schlachtfeld hilft, indem sie ihm so einen Glücksbringer gibt und sein Leben dadurch gerettet wurde. Okay, ich weiß immer noch nicht, was man mit diesem Schwertstück von Aiden tun soll. Sollte vielleicht mal im Wiki nachschlagen. Gut, dann sollte es glaube ich schon fast zu Ende sein, hier Generation 3. Dann gibt es noch das End Dungeon, das ist auch super schwer mit Heavy Gargoyles, mit riesigen Würmern. Die sind eigentlich harmlos, weil die nicht aggressiv sind und ich glaube, irgendwelche riesigen Monster, die wir noch nicht gesehen haben. Gut, Aiden, dann bedanken wir uns bei ihm. Also der will nicht, dass wir glauben, er wäre in uns verknallt. Mhm, es ist einfach, all I can do from here is to try to keep you safe from danger, so... Well, the ring is important to me. A family member gave it to me long ago and once this is over, I would appreciate it if you could return the ring. Of course, you have to return it yourself in one piece. I will be waiting for you here. So, wir haben jetzt ein Glücksbringer bekommen. Hmm, kann man das ausrüsten? Ach, das ist für die Hände. Aha. Okay, aber man sieht es nicht. Schade. Wuch, Laterne. Laterne, can you hear me? Laterne, Kishor's seal is starting to suffocate me again. I am focusing all my energy on blocking the path between Arian and the other world. If I get sealed up and Macher resurrects, Macher is much more powerful than I am. The only thing holding Macher back from resurrection right now, before she resurrects... Oh, please prevent the reawakening of Macher. Please stop the resurrection of Macher. So, Morrigan hat sich wieder mal bei uns gemeldet und sie hat jetzt Probleme mit Kishol's Macht, die sie versucht irgendwie aufzuhalten und befürchtet, wieder versiegelt zu werden. Und hat uns gesagt, dass wir unbedingt Macher aufhalten müssen und dass Macher viel stärker ist als Morrigan. Gut, mal schauen, was haben wir hier? Ja, Talach müssen wir mit ihm sprechen. Und sieht so aus, als wäre das die letzte Quest. Dann, ich weiß nicht, schaffen wir das bis zu Talach? Dann werde ich mal schneiden und wir sehen uns dann bei Talach. You tell Talach about what's been happening. The goddess told you that? You mean Morrigan is about to be sealed again? Fate to destroy the Lyr fail. Macher is the demon of destruction, the dragon of death. They are planning to summon Chromkroych, where Eiri has become the leader of Dorca Fietheyn. Hmm, we are in danger, Laterne. Things have been getting worse than we initially thought. Plus, if this here covers my powers, Eren will no longer receive protection from Morrigan. Whether the goddess statue is destroyed or not, Formos will push through and invade us. After some thought, Talach takes something from his pocket. Take this to where the petrified dragon is. Then destroy it. I know this is a dangerous request and I also know it's almost impossible. However, if we don't destroy the petrified dragon before it awakens, not only will Macher be reborn, but we will face unfathomable consequences. If you have friends, whom you went with to rescue the goddess before? Hmm, Schreibfehler. Could you ask them to help you with this again? You, with your friends, that defeated Klaas Gäblin, will you will be able to do this. I have faith. I will do my best to find any, find a way to help you as well. Thank you, Laterne. Good. So. Das wär's, oder? Ja, wir müssen jetzt wieder zurück zu Baul und dann habe ich hier einen Pass bekommen, oder wie? Ja, habe ich für bekommen. Ich habe auch schon wieder einen neuen Pass für Barry bekommen. Nun gut. Dann bin ich mal gespannt, ob jemand dieses Dungeon mit mir machen möchte, denn das ist wirklich, wirklich schwierig. Wirklich schwierig. Und ich habe es auch noch nie gemacht. Ich habe damals aufgehört nach Dingens, Infiltration, was wir zuletzt gemacht haben, das Dungeon. Gut. Dann bin ich mal gespannt. Das nächste Mal sehen wir uns beim Finale. Bis dann. Okay, ich schon wieder. Ich glaube, ich habe hier etwas Mist gebaut, denn dieser Gegenstand hier soll nicht mehr funktionieren, wenn man schon irgendetwas gemacht hat. Also man soll damit ins Schloss gehen und dann eine Zwischensequenz sehen. Also mal schauen, ob es klappt. Ich weiß nicht. Nein, ich sehe keine Zwischensequenz. Hm. Ah! Ist this the kid that survived? Yes, please take care of him, as his father was an exceptional knight. Don't worry about sir. Hey kid, what's your name? I am Aiden. Oh, why do you seem so tense? Understand. Der sagte eben, dass die jetzt ab jetzt Familie sind. Is this, is that the kid I brought? Yes, he is. He is not only exceptionally talented, but very much driven as well. Wouldn't it be great if you can pass the torch to him? Haha, should I be holding this position? Hm. Bring the people down west. Our gods must protect the gate. Protect the gate until the Paladin knights return. Sir, it's dangerous here. Let me take care. Hm. Aiden, take the women and children and help them find. Sir, you should go with them too. I may be old and retired, but I am still a knight. But sir, I... Hm. Aiden, what do you think your predecessors? Can you honestly guarantee that the foremost aren't lined up in front of the exit gate? Sir, I'll be back fast. Please, please hold on until I get back. Go, Aiden, just go. That was the last time I ever saw him alive. I knew later that he sacrificed his life to save me. To my father, the rest of the family and everyone else that lost their lives at the hands, I thought it was because I was weak. I thought the only way to prevent that is to become stronger than ever. No, no one remembers my teacher. Everyone seemed way too eager. Regardless of my combat prowess, the powers I walk the path of a knight. I do not fear being sacrificed. Seeing others die, know that I can't stand that. Okay. Die haben wieder sehr schnell gesprochen. So, der Gegenstand ist jetzt weg. Das waren die Erinnerungen von Aiden, wo er klein war. Anscheinend hat er seinen Vater verloren und wurde dann von damaligen Anführer der Wachen erzogen. Und das könnte vielleicht die Tragödie von Eman Macher gewesen sein. Und um Aidens Leben zu retten, hat dann sein Ziehvater geopfert und die Fumoren aufgehalten. Tja, das war's. Mal schauen, ob vielleicht Aiden was dazu zu sagen hat, aber ich glaube nicht. Jedenfalls habe ich gehört, wenn man das versucht, nach G3 zu machen, klappt es nicht mehr. Also habe ich das eben noch schnell aufgenommen. Zum Glück hat es geklappt. Mal gucken. Was sagt er mir hier? Ist zu weit zum reden. Ist bestimmt wieder der Leib gewesen. Okay. Okay, der hat nichts zu sagen. Dann war's das. Okay, bis dann.